Oh, jetzt habe ich rote Klamotten an, das gefällt mir nicht. Ich schwarz, schwarz, bitte schwarz. Okay, blau, lasse ich durchgehen, lasse ich durchgehen. Der ist fast nicht zu meiner Hautfarbe, der ist blau hier. Ich bin dafür, dass ich alles einsammle und ich versuche dann einfach zu verteilen, wenn es sich klappt hat, der Pech gehabt. Schwarz zu machen. Ich höre nicht auf Bimbos. Wie bitte? Lackalacka. Ich verstehe dich gerade so schlecht. Denk an deinen Schal. Senoras, Exit. Ei, ei, Sir, wenn du das vorhin noch... Guck'n Sie hier. So, wo sind wir? Wieder hier. Ich mache mal einen Weg nach oben. So, grob die Richtung anpeilen und von da aus dann wieder runter. So, können wir Exit soweit? Glaub ich, manchmal ist es wirklich so wichtig, diesen Schal direkt zu machen. Ja. Wenn du am Anfang gleich in eine PvP-Situation gerätst, ist das unerlässlich, dass du vielleicht, dass du genauso lange durchhältst wie dein Gegenüber halt auch. Bei dir mal ein Cocktailwurst sind dabei? Nicht. Nein. Also hier bei mir ist direkt Lootzeug, nur so nebenbei, ne? Ja. Wir sollten jetzt aber auch irgendwie wieder zusammenbleiben, oder nicht? Ja, dann loot er erstmal dahinten. Ich bin einfach aus der Tür raus, ich wollte schon links. Hier ist Loot. Ja, aber was machen wir jetzt? Laufen wir zusammen? Ja, ja. Ich warte bloß darauf, dass Exit seinen Loot da holt und dann kommt. Ja, der holt und kommt. Ich bin doch da. Doch da. Den markierten Punkt seht ihr ja, ne? Ja. Gut. Wollen wir rechts unten lang, oder? Das wäre egal, wir laufen einfach mal. Genau, haben wir schon aufhören. Innen ist schon wieder NPC-Geschieße, wahrscheinlich mit anderen Spielern. Hm, grünes Zeug, Loot. Spieler? Ja, ich denke dran, Granaten einzusetzen. Keine. Das war eine Vierergruppe, ne? Das ist mehr als Vierer, das Gefühl. Ah, ticke. Weiter's down. Exist down. So, ich sterbe gerade an Erfrierung. Ist hier irgendwo Feuer? Hier längs war Feuer. Wo? Komm mit. Da hinten ist auch Feuer. Aber gerne, okay. Hier rechts in der Ecke war Feuer, oder nicht? Ja, ja. Hier kann man nicht rüber. Aber da war ein Untergang, also rechts. Ja, ja. Hier ist Brave House, ne? Das reicht nicht. Da vorne ist Feuer. Da vorne, da vorne ist doch Feuer. Du hast doch da jetzt Feuer um die Ecke. Wie, so ein Auto querbt dich auch? Ja. Da vorne ist ein Spielerrecht, oder ist das MWC? Oder ist das nicht? Nee, das ist früher MWC-Spieler gewesen. Okay. Jetzt warte mal. Hab ich irgendwas Kompetentes gekriegt hier? Hier liegt ein Medi-Kit bei mir. Jo, cool. Ähm, nimmt ganz hart das. NPC. Na ein zweiter irgendwo? Hier ist ein Hut. Und das ist ein Spieler. Spieler? Nein, der war MWC. MWC. Wollen wir euch beide töten? NPCs? Könnte man eine Spritze oder sowas gebrauchen. Mir ist kalt. Ja, das auch. Ja, vorne links müsste jetzt gleich was kommen. Sogar eiskalt. Da können wir rein. Nicht. Doch. Das müsste aber reichen eigentlich. Auch nicht. Doch, ihnen wird warm. Hier, stehen wir. Hat schon irgendjemand eine Waffe oder irgendwas bekommen? Brauchbar? Nee. Nö. Ich hab einen Rucksack. Ich hab nichts. Ich hab grüne Knie schon, oder? Aber die hatte ich vorher auch schon. Alle wieder so weit? Weiter geht's. Hier sind Safehouse. Wollen wir da gerade mal gucken, was die... Kann man ja auch mal schon was looten, oder? Ja, vielleicht ist was drin. Ähm, Safehouse ist... Nur im Start Safehouse ist was. Sicher? Ja? Ja. Nee. Hä? Nee, nicht immer. Dann ist das aber nicht im Haus auch was. Nee, nee. Wenn du Glück hast, hast du ein Safehouse, wo... Im Endeffekt das nicht weggelootet ist. Dann kannst du dir das halt nehmen. Und das ist ja praktisch, dann können wir uns gleich noch ein Kleidungsstück herstellen. Das macht ganz, ganz gut Sinn. Okay, weiter geht's. Also wir müssen schon mehr durch die Seitengänge gehen, da liegt meistens mehr Zeug rum. Weil eben seid ihr ganz kräftig in eine Tankstelle vorbeigelaufen. Ja gut, wichtig sind erstmal irgendwelche Wahrzeichen abklappern, weil da sind die Kisten, da wenn du da hast, auch dann richtige Rüstung und Waffen und sowas mit drin. Äh, das was du markiert hast, waren Wahrzeichen, Matthias, ne? Äh, grob. Ich hab, am Anfang seh ich die ja nicht. Nee, du gelaufst komplett vorbei. Wann mal hier rechts auch, denn? Ich renne vorbei? Nee, egal, da ist es. Ich hab's neu markiert. Ja, jetzt sag ich's. Ich hab bloß grob immer über die Laufstrecke, weißt du? Das ist auch der Hubschrauberabsturz, da sind zwei Leute gestorben. Ja, zum Hubschrauberabsturz liegt auf dem Weg, ne? Gucken wir mal, ob da vielleicht was rumliegt. Ja. Gehen wir erstmal zum Hubschrauberabsturz. Äh, das ist in unserem Ballern gewesen. Äh, das ist in unserem Ballern gewesen. Ja, wie die Aufteilung funktioniert, ist klar, ne? Wer eine Waffe hat, looten die nächste nicht. Ist ja logisch. Mhm. Nein, so funktioniert. Das ist nichts. Nein, lass uns nach links zum Hubschrauber. Hier ist ne Wohnung. Nee, nicht da gerade. Hier ist ne MPCs bei mir und hier ist ne Wohnung. Vorsicht, MPCs nach links. Ja. Mach mich mal auf zu dem Geburtsab, wo ich kein Lust drauf hab. Bis morgen. Ja, viel Spaß. Jo, ciao. Okay. User disconnected from your channel. Ja, ist gar nichts. Nö, nö. Hose hab ich bekommen. Hose hab ich bekommen. Enttäusch. Ist doch Jacke wie hier draußen. Ist doch Jacke für uns. Kommt ihr doch mal aus dem Fenster raus. Also ne L86, wer war's denn? Hier zu mir, MK, achso, warte, nehm ich auf, dann geb ich euch die. Mhm. MK46. Mal hier wieder ins Haus hoch. Wir müssten noch mehr Wohnungen sein, ne? Habt ihr gerade... Jacke, du hattest jetzt noch nichts Blaues, oder? Ich hab einen blauen Rucksack und jetzt die Waffe. Okay. Vito. Ich hab auch gar nichts Blaues. Da links, äh, schon wieder links... Du hast doch einen blauen Anzug. Hier, Leute, hier liegt auch noch was in der Gasse, bestimmt dran, ne? Wollten die Gasse nicht außer Acht lassen. Nö, das ist der Hinterhof von gerade. Ja. Hier, lila Sachen, lila, 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 schnell, 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 ja. Gelbe NPC, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, das ist Gold. Ich hab keinen Mitkit, ich geh mal kurz weg. Ui, Scheiße. Hier liegt ein Mitkit bei mir hier, Gunshot. Hier in dem LKW. Ja, ich muss erst mal aufgehoben werden. Ist er tot? Danke. Er ist nicht tot. Jetzt. Wo ist ein Mitkit? Da ist ein Mitkit und ein Karabiner. Hier liegt ein Mitkit und... Mit Mitkit. Ich hab jetzt zwei Sachen, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt aussieht. Ich hab zwei. Erste Hilfe-Set habe ich noch eins, wenn noch keiner keins hat gerade, der kann sich das eben nehmen. Ich hab gerade eins. Hier, ich gebe das Feuer an. Ne. Oh, ich hab jetzt zwei blaue Rucksäcke und die lila eine Waffe. Und halte auch temperaturmäßig aus... Minus sieben. Habt ihr so an Temperatur? Kann ich erst sehen, wenn ich... Ich halte auch minus drei, halte ich aus. Hier nur. Bei Montaenus habe ich noch gar nichts gefunden. Ist das jetzt der Hubschrauber gewesen? Ja. Der liegt ja da oben. Da oben ist er doch. Ja, ja. Ah, das Wahrzeichen ist gerade gemacht worden. Ja, aber das ist auch gut. Dann gehen wir da hin, dann werden da sicherlich zwei, drei Leute sein und die werden wir über den Haufen schießen. Okay. Die sind auch da, wenn wir kommen. Die sind doch bestimmt direkt weitergelaufen. Dann lass der Zweiter hier. Markiert ist es. Wo ist denn der? Da müssen wir hier oben rechts rumlaufen. Da unten ist Zug. Ja? Gucken wir doch nicht links durch? Hier ist offen. Hier ist er lang. Gegner. Ich habe mal eine Gespritze gebrochen. Ich habe auch noch keine. Ich weiß nicht. Spieler. Spieler, Spieler. Oh, der ist sehen wir jetzt da. Granade. Ich sehe sie nicht. Hey, ihr Schweinepack. Fert sie neu. Rutsch. Warten, wenn ihr habt. Lass auf, die kommen nicht hinten rumlaufen. Wollen wir so rumlaufen? Ja, dann lass uns nach hinten gehen. Ja, die kommen nicht und so rumlaufen. Die sind immer noch da vorne. Dann bleiben wir hier oder was? Einer ist weg. Nee. Wir hatten einen MP5 hier. Kann ich erstmal aufnehmen. Kann ich auch noch tauschen dann? warte mal schmerztabletten bin ich alles wegnehmen wenn es geht ich habe eine vektor über will jemand der vektor haben ja sicher kann ich anbieten und rpk 74 ich legte und klamotten habe ich nicht bekommen der blauen rucksack kann ich anbieten wenn ihr wollt die spritze würde ich gerne nehmen blaue handschuhe kann ich anbieten wenn ihr heute und nämlich auch blauen rucksack würde ich nehmen wenn noch keiner hat blauen rucksack habe ich manche würde ich nehmen und die spritze wie sieht es mit der spritz aus zum dritten mal die kann man nicht teilen liegt doch hier die spritze ich nehme sie ich habe ich habe gott allerdings eine tablette eingeschmissen frage hat niemand noch eine west eine weste oder eine maske da habe ich noch grün nein habe ich nichts hier sind aber ich noch zwei waffen her weiß nicht ob ihr die wollt ansonsten mache ich sie kaputt für mats ja dann nimm sie und mache sie kaputt spritze endlich also ich habe noch wie viele minuten noch 52 habe ich noch lustig hungrig ist meine hau okay wir gucken bei dem ab hier irgendwas liegt elektronik da vorne wird geschossen da vorne heißt wo hier wo ihr seid und jetzt nach vorne da hinten sehen sie das ja dann ein spieler der mpc ist das lmb gegen wegen klamotten ja die würde ich gerne ich mache gar keine ja dann schmutzte der oh da haben klamotten was ist das schuhe braucht jemand schuhe habe ich schon habe ich schon ich habe jacke und hose an ich bin jacke so minus vier grad hier in den lkws liegt meistens was drin denn auch sind links hier wollen wir ist ein safehaus wollen wir da ein safehaus ankommen ja lass mal kurz reingehen kann ich mir ein paar klamotten herstellen eben minus vier grad das halte ich nicht weil wir müssten den wohnblock suchen da liegen immer klamotten rum der regel und die 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 Wir müssten mal langsam runter marschieren weil hier oben ist nix mehr. Seht ihr die Markierung die ich gesetzt hab? Ich seh gar nix hier im Safehouse Hier wollen wir die Skills auch teilen? Einer braucht jeder hätte ich gesetzt. Ich würd die Bombe nehmen, die Haftgranate. Denk dran die Suchergranaten und die Torets werden von den Herren das am Ende gehackt. Die Seeker Mines hab ich bis jetzt aber einmal erst gesehen von den 20.000 hälte ich die schon gesetzt. Die Torets werden am meisten gehackt. Ja herstellen kann ich aber noch nichts. Also meine sind ja egal. Also ich kann eigentlich auch nicht herstellen. Ich kann ja gar nix machen. Soll ich den Scan jetzt schon nehmen oder eine Seeker Mine? Scan. Scan ist irgendwie besser glaub ich. Ja dann mach ich jetzt für Anfang den Scan und dann macht ihr halb drei. Ihr halb drei macht dann irgendwie damage technisch. Wahrzeichen sind auf der linken Seite alle abgegrast. Ähm ich würde sagen wir bewegen uns mal wieder grob hier die Richtung. Hallo? Ja wie gesagt hab wir müssen mal Richtung runter laufen. Ja ja ich hab ja markiert Richtung runter. Richtung runter. Richtung Süden. So. Wo die Zeit läuft. Was habt ihr noch mit Zeiten? 50 Minuten 37. Ja. Da hatte ich über 55 oder was hatte ich? 48. Nee 53. 52. Gut wir müssen uns an der Zeit von dem kürzesten. orientieren also das heißt Jacke kriegt letztens erst mal irgendwie Tabletten oder sowas. Ich hab keine Spritze gehabt. Spritze hatte ich auch noch nicht. Ich hatte aber drei Tabletten irgendwie. Also noch keine gefunden oder noch keine? Keine gefunden. Keine gefunden. Achso ja gut ne dann kriegst du wohl die nächsten. Also ich nehm die immer wenn die direkt wenn sie da habt nehm ich sie. Ja. Ja solange der Dings schon abgelaufen ist. Ja. Ja. Ja anders kannst du sie auch nicht. Ja. Halt. Hier ist was. Hier links gibt es bestimmt auch mal. Hat jemand irgendeinen starken Bedarf an irgendwas gerade? Rohstoff? Ja Hunger. Also Elektronik hab ich zum Beispiel noch gar nicht. Vito. Mhm. Warte mal. Taschen. Also ich hab vier Wechsel. Vier Wechsel. Mehr hab ich nicht. Was liegt denn hier? Ein Holster. Wier links. EPC links. Der MP5ST. Holster darf ich jetzt nehmen ja? Ja. Ja natürlich. Erste Hilfe liegt hier noch wenn jemand möchte. Ne. 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 Hier hielt ich dir voll. Ne hab ich auch genug. Ich hab voll. Also ich hab nur vier Werkzeuge sonst hab ich gar nichts. Wasser steucht ich hier. Ja Wasser wär für alle mal toll oder? Ja. Soll ich hier einmal schnell aufwärmen oder? Mhm. Wenn wir tun. Durch die Klamotten bin ich bei minus fünf durch. Minus acht. Sieben. Ich hab grad mir ne Jacke hergestellt. Minus vierzehn. Das ging. Mal hier. Lass uns mal kurz die Leiter hier hochgehen. Oh. Findet man auch bloß. Ja gut. Das wird aber nur der Steg da sein. Da wirst du nur eine Kiste erfüllen. Ja immerhin liegt hier Werkzeug. Ich hab vier Stück. Braucht noch jemand das Werkzeug? Ich soll jemand anders nehmen. Sonst nehm ich's mit. Ich weiß nicht ob vier Stück reichen. Vier Werkzeuge. Oh mein Jacke grad schaden. Achso. Du hast runtergesprochen. Wenn's keiner holt dann nehm ich's jetzt mit. Ja nur mit. Jetzt hab ich fünf Werkzeuge. So springen ist nicht clever ne? Ne. Ja gut. Ich hab nix. Nichts zu essen. Nichts zu trinken. Okay. Wollen wir rechts laufen? Ja ich hab jetzt. Hier ist noch was. Hier ist die Dose noch. Hammer. Seid ihr voll mit Erste Hilfe? Ja ich hab zwei ja. Ja ich bin voll. Ich bin auch voll. Hier ist die Elektronik. Hier ist geblendet. Ja die links ist noch da. Wir sind am Times Square. Ja hier wird alles geblendet. Maske. Habe ich nur grün? Warte. Oder? Ja. Danke. Hier komm mal hier müsste es was geben. Hier ist so eine Polizeistation. Vielleicht ist das verloren. Einer bräuchte unbedingt mal Wasser, dass wir mal gucken können. Guck mal auf die Karte aufs neues Wahrzeichen siehst mittlerweile. Mhm. Bis jetzt die in der Dark Zone. Wegner. Wegner. NPC ist verrasst. Jetzt hab ich gerade was falsches markiert. Wegen Klamotten. Eine Jacke. Habe ich. Jacke habe ich schon. Ja Jacke liegt da. Legen zwei Jacke. Ja. Also ich würd's dann nehmen. Ich hab noch keine. Ja dann nimm die 7 da würde ich mir da stehen nehmen. Äh ja. Aber die Treue bringt mir nicht viel. Mir ist kalt. Ja wir noch mal vergreifen haben jetzt. Okay. Minus 9 hab ich jetzt mal. Wie sieht das bei euch aus? Minus 8. Wir müssen jetzt eigentlich gleich Feuer kommen. Aber wo links seid. Da ist ein Raum. Komm mal rein. Hier sind ein Gegner drin. Stoff. Jacke mit 8. Kann ich die nehmen? Oder brauch ich noch Jacke? Achso. Ich hab Jacke mit 14. Alles gut. Jacke. Ich hab noch Jackenjacke gefunden. Dann zieh die an. Dann zieh du die noch an. Was ist hier? Hier ist nochmal Stoff. Hier kannst du ja noch mal eine Stoffkiste bedienen. Zehn oder was noch? Was sagt neuer Lager? Also meine Tasche sagt jetzt. Fünf Werkzeug. Zwei Waffen. Zwei Elektronik. Drei Stoff. Äh. Taschen. Dreizehn grünen Stoff. Einen blauen. Sechs grünen Werkzeug. Einen blauen Werkzeug. Zwei grüne Waffenteile. Fünf blaue Waffenteile. Oder eins oder null? Loll. Loll. Ich hab ein goldene Elektronik. Und zwei blaue. Guck mal hier hoch. Hier ist ne Wohnung. Juhu. Mal gar nicht rein. Lass uns nicht. Kiste. Grafenplattenschoner. Warte mal. Braucht noch jemand ne blaue Schoner? Äh. Ja. Okay. Warte. Ich hab lila Handschuhe anzubieten. Hast du schon welche? Ne. Ich hab lau. Die sind. Hm. Besser. Ich hab auch blau. Blau auch noch. Panzer würde ich auch nehmen. Wer ihr nicht braucht. Sag was. Ihr müsst reden. Ne. Den Panzer kannst du nehmen. Ne. Ne. Den Panzer kannst du nehmen. Wenn ich mir hier. Was da liegt. Das ist immer. Ähm. Kniepads. Kniepads hab ich grad rausgeschmissen gehabt. Ja. Sehr schnade nach Köln gelt. Gut. Kniepads bräuch ich auch noch. Dann bei Gelegenheit. Brauch ich noch ne Maske? Meine haben alle Ausdauer meine Klamotten. Schlecht. Ähm. Schlecht aber was ich jetzt noch bräuchte werden meine Klamotten. Aber ihr braucht alle Klamotten ne? ja herstellen sonst du zerlegst ja auch genug von hier aber ich habe so wenig stoff ich habe jetzt warte stoff habe ich hier grüne ok doch habe ich auch gar nichts weit mit also ich habe überhaupt nichts an medizin ja dito keine spritzen ich auch nicht mehr und das ist noch dümmer aber das ist das was ich sage wir müssen wir müssen viel mehr durch gassen laufen die mitten auf der hauptstraßen da findest du nicht viel ja sagt wo hier eine gasse ist da wie muss man gucken gassen und dächer hochlaufen wirst du mal ganz schön du müsstest mal einen punkt auf der karte fixieren wo man auf der karte erkennt dass da vielleicht wohnungen sind wie jetzt hier hinten geht es doch links rein oder nicht in dem gerüst oder irre ich mich da ich irre mich aber hier sind lmds die auf uns zukommen ja mpcs weil die können halt auch medizin dabei haben ich habe im moment nur eine schrotflinte dabei aber ich habe noch eine blaue sturmgewehr blaues nehmt ihr sonst erst hier liegt noch bergzeit bei mir war einer hier oben ja ne was da oben da lass mal gucken jetzt kommst du hier oben in mir rein der untergrund vielleicht gibt es hier was bei mir ja da oben ist so eine kiste oh sehr schön jetzt habe ich meine lila rache ja ich wollte da gerade eigentlich hoch ich dachte das ist schon niemand gewesen ja templetten auch direkt einsporn rechts npcs ohr schuhe in vier ich habe noch keine ja okay ich habe hier npcs komm mal neben dir quasi schießen in den rücken oh viel oder wir haben jetzt eine schrift und das übel komm mal lass dich mal zurückfallen ja lass mich gleich auf den boden fallen hier ist mich noch einer warte mal der ist weg der ist weg hinter euch braucht dann keine schalenzähne aua 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 da ist ein Dings ne hier ist ein mineralwasser bei mir hier ist noch werkzeug hier ist noch werkzeug werkzeug habe ich warte sechs blaue reicht das weiß ich nicht ja auch reicht erstmal das ist ein anderer das kommt dann mal zu mir keiner geht sich jetzt bitte das wasser noch schnappen da geradezu wo denn bei dem getränkeautomat da könnt ihr ja lol ist das für jeden ne jetzt ist es gerade weg wird medizin gebrauchen und noch wärme klamotten das wird nichts mit den klamotten hier hier weg zurück gegner 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 lila gegner auf der anderen seite auch ich habe heute keine munition mehr jacke vier oh eine maske für oh eine maske habe ich noch grün würde ich ja ja hier sind klamotten ich guck mal was das ist oh die kann ich brauchen auch eine hose so so hier könnte wildlederstiefel sechs braucht jemand stiefel mit sechs kälte dingens ja ne ich glaube ich hatte eben besser gefunden ok dann nehme ich die glaube ich ne scheiße ich habe selber bessere die habe ich von jacke bekommen bei mir geht es raus ja haben wir ja alles abgefahren ja ne hier ist noch zeug warte ich habe noch grad einen schal gefunden der schal ersetzen ich brauche ich brauche doch eine jacke und eine mütze ne gute du ich habe noch immer keine hose hier ist noch ein 13er 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 schal rum wenn jemand als nächstes irgendwie knieschunde als rüstung findet bitte mir bescheid geben ich habe irgendwie auch keine knieschunde mehr höh das ist auch still kaut und sagte bei mir keine htm ist verfügbar das ist dumm was ich bräuchte ist draußen liegt da muss man mal umschauen wenn hier noch keiner war hier ist offener ne da ist leider nichts drin hier hinten liegen auch noch zwei gegen drei gegenstände hier medizin gegner oh ja zweimal medizin hier ist eine spritze wer noch keine spritze hat der kann sich mal über eine spritze hier liegt wasser dann nehme ich das wasser ich hau mir wieder eine tablette rein ich habe keine medizin 41 37 braucht jemand müsli riegel hier liegt müsli bei mir wo ich stehe draußen wieder auf der straße da ist noch stoff pass auf hier ist eine wo ich stehe bevor ich hier erfriere ich muss mal irgendwo anders hingehen hier ist noch eine schmerztablette bei mir die würde ich dann nehmen ich nicht rüberkommen danke hilfe kit hier ist noch eine medikamenten spritze so ich weiß nicht wie viel erstes ich kann es nicht nehmen ich habe voll dann würde ich nehmen ich habe nicht keins mehr gut irgendwer hat sich das schon genommen jetzt gerade da ist mich achso gut passt ja dann haben wir hier glaube ich jetzt alles durchgelobt war ich denen auch schon drin ist nicht da ach das ist noch ein medkit das ist ja schade hinten die medizin hat auch schon gut passt so da wäre jetzt als nächstes mal ganz hilfreich wenn wir elektronik finden würden ordentlich hier links sind cleaner und hier ist auch noch wieder ein in den hausholen reinkommen hier ist elektronik ah sehr gut da brauche ich noch mehr elektronik drei elektronikboxen also für jeden vier für jeden eine ja ich habe eine genommen ich habe auch eine ich habe auch eine so wenn wir jetzt hier alle rausgehen und links sind äh blambi oder kina mhm kina kina die munition fallen lassen Hose habe ich noch keine würde ich mich bedienen hier ist eine Mütze ach da ja wenn ich eine von euch brauche ich habe eben gerade 200 Stoff gehabt Mütze Mütze könnte ich gebrauchen ja gut bei was bist du ja wir müssen halt drüber reden ne pass auf nicht zu mir gehen hier ist er kontaminiert ich guck mal hm falls du noch keinen Filter habt ich habe einen kleinen Filter ne ich habe noch gar keinen weil ich hatte halt keine Elektronik bis eben ne der kleine reicht nicht aus dann loote ich hier nochmal alles was ich kann mhm dann schau mich hier nochmal weiter um lass uns hier einfach im Gebiet ein bisschen bleiben jeder kann sich hier irgendwo hinbewegen ich sehe hinten ist nämlich zum Beispiel was hier hinten ist nämlich zum Beispiel was Teile ist halt noch hier ist noch Medizin wer war in der Zeit zu schlecht ja klar Jacke war so schlecht wie der Zeit ich habe gerade eine genommen ok hier ist nochmal Medizin die nehme ich mir jetzt aber mal erste Spritze die Schoner hier die Schoner Till äh ja ich komme gleich Nahrungskonserve brauche ich mal was zu essen ja 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 ich will nur Feuer hier bei mir ist Feuer weil ich erfriere nämlich gerade ein bisschen hinter uns habe ich doch Feuer angemacht eben ja oder anders gesagt hier ist ein Safehouse Leute achja da gehen wir auch gleich noch rein aber hier schon mal ein Safehouse ok naja geh schon mal das bei genau da habt ihr das sind gleich alle beisammen Müsst du mal sehen wieviel Spiele hast hier Jacke brauchst du noch Werkzeug für rechts nehme ich gerne mit ok ich dachte hier liegt was rum ja da war eben Stoff gewesen MPC ist hier bei mir hm ja das ist erstmal ein Safehouse ok hier gucken hier liegt nichts rum ok so dann gehts mal ins Basteln wa ja lol ich kann halt immer noch keinen Virusfilter herstellen oh achso doch ich muss muss alles gut ich muss Stoff zerreißen habe ich ja paar Sachen zerlegen hier wenn ich noch was brauchen sollte sage ich Bescheid falls irgendwas hat aber können wir grad zu dem Filter machen so so einfacher Filter ja muss die Sache noch umcraften ne das Grüne zum Blauen machen und so wie läuft das aber was ich immer noch was ich hier jetzt kacke finde ist dass du Stoff brauchst um deine äh äh Kälte diese Klamotten zu craften aber die nicht zerlegen kannst ne ja so fortgeschrittene Filter habe ich jetzt auch gut ähm so ich würde jetzt auf die geh ich erst auf erste Hilfe ich geh erst auf erste Hilfe ich hab erste Hilfe und hab gleich noch ne Haftgranate dazu gemacht da können wir auch gerne zwei im Team haben ok Haftgranate krieg ich jetzt so nicht mehr hin mir fehlt ein Werkzeug ja mir fehlt ein Werkzeug so ich kann bauen ähm Haftgranate Geschützt Suchermine Bild Befestigung mobile Deckung sagt mir was ich machen soll hast du erste Hilfe schon? erste Hilfe hab ich gemacht ja dann äh Haftgranate oder Siegermine wir können hier kurz unter Dark Zone 1 äh äh ist noch ein Wahrzeichen offen aber da als nächstes hingehen mhm genau da gehen wir auch hin perfekt so wenn jeder ausgerüstet hat dann äh nimmt sich jeder noch ein Eis und dann kannst du es hin wo ist das Eis? wo ist das Eis? wo ist mein Eis? ach ne Kaffee gibts hier sieben Tage wo sollten wir jetzt rausgegangen? was hat man da jetzt? mein erstes Laden wo die Theke ist so minus 14 Grad bin ich jetzt 16 sehr gut dann halten wir ne Weile durch Minus 14 auch noch Minus 14 auch noch ich hab mich auch in der Mitte gebaut jetzt hab ich Minus 2 äh ich brauche hier links ein Spieler was? Spieler Gern wie oh Rucksack um die Lande Rucksack Maske Maske würde ich auch nehmen die Maske ich brauche ich hab blauen bis jetzt ich hab blauen bis jetzt dann nimm die in den Lider in den Rucksack so noch spritzen und äh Schmerzabletten so Schmerzabletten sind noch da auch noch wie sind wir zeitlich? können wir das nochmal uptimen? damit wir wissen wer jetzt was braucht? ich bin bei 36 7 34 34 34 kannst du was nehmen gerade? ich nehme jetzt die Nahrungsdose die da liegt gut ok wir sollten den Rucksack den ich noch nehmen habt ihr eine? ja dann nimm schon weg irgendeiner war schneller als ich was wolltest du jetzt haben von dem Kram? den Ruck ist egal lauf der Rucksack den kann ich wieder rausschmeißen alles gut so da ist er das finde ich halt so affig weißt du äh wenn du zuvier drum rennst diese Absprache das ist halt bisschen kompliziert gemacht finde ich dadurch dass wirklich einer immer nur den Kram dann sollen sie es so machen dass für jeden separat entweder was fällt oder nicht ja also jetzt schnell weiter zum Wahrzeichen weil dafür ist die Zeit einfach zu knapp ja ja wir haben auch nicht genug Zeit Wahrzeichen und dann Dark Zone anders geht's nicht das dauert dann auch noch lange ja gut ihr müsst ja schon den weiteren Filter haben sonst äh hier ist noch was drin was ist da ups die haben wir gar nicht gesehen deswegen hab ich auch nochmal schnell gescannt Elektronik ist noch eine Elektronik ich hab eine Kiste ist noch zu da kann sich noch einer nehmen wenn noch keiner hatte ich hab schon da hinten im Deck ist auch noch einer guck mal ich hab eine ich hab eine Jacke hat keiner glaub ich was denn? hat er auch eine Elektronik Elektronik ist hier das ist schoner hier sind noch ein paar Sachen blaue brauche jemand noch blaue Schoner? jungs ich höre Spieler schreien draußen auf der Straße ok ok Hilfe Kitt wenn jemand drauf ne Jacke äh ne 3er alles gut hier meinst du? ja da wo wir hergekommen sind da hab ich Spieler schreien achso ja das sind NPCs vor uns ich sollte vielleicht mal meinen Skill auch einstellen für NPCs grüner Rucksack ein Hemd 1er alles gut könnte direkt liegen lassen und ein 11er Schal wenn noch keiner einen 11er Schal hat hast du? hab ich? ne anlegen NPCs bei mir bei Pen Plaza oder wo meinst du? ne da hinten hier sind auch welche ich loot mal die weg die sind nur rot die ist noch weg für jemanden das sind galber nicht schießen wir bräuchten hier Hilfe bevor wir einleiten galber elite zwei galbe elite sind ich bin unterwegs ich bin unterwegs mal ein bisschen anpirschen ich hab keine Anzeige Deckung mehr Deckungsanzeige mehr ja wir müssen seid ihr bereit? ja sieg am 1 und sowas ich scanne jetzt einmal sieg am 1 eins ist weg sind noch zwei neben uns hinter uns hinter uns hinter uns wir sehen mit einem holster holster braucht das jemand? sonst würde ich das gerne nehmen kannst du nehmen nächste holster aus dem bitte für mich ja ich hatte noch im grünen holster rum ja ich auch achso na gut dann ist doch ok nächste nehme ich einfach ja was haben wir hier an Klamotten brauchen wir überhaupt jemand Klamotten dass wir das überhaupt noch sagen müssen ne Jacke mit 7 ne Hose vernünftig bräuchte ich noch so jetzt guck ich mal kurz wo ist denn wir müssen jetzt langsam mal weiter äh ab zum Wartzeichen wo ist denn das da hinten? hier lang und dann links ne? ich hab ne Hose gewunden ha ha guckst du nein hier ist ein Safehouse du kannst die mit C auch direkt anlegen ne? wenn du die aufsammelst ja ich weiß ich hab's vergessen achso ok ich hab ja mach dir gewohnheit erstmal einzuziehen da wollen wir jetzt ein Safehouse lass mal wieder die C zum Wartzeichen einmal Kass aufhören zum Wartzeichen da gibt's auch gutes Loot und bevor das wieder weg ist hm oh ja hier war ich äh vorhin alleine oder gestern ach hier 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 droppt also hier ist gestern ein ganz guter Loot gedroppt unten sind schöne Kisten allerdings ist hier auch ein goldener dicker jetzt hab ich die Hidu noch rüber geschossen ich Idiot ohne und Rucksack in lila äh Rucksack würde ich nehmen äh Achtung der Ticke kommt ja Entdeckung oh 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 da ist gleich eine Chakra achso Krimosso hier ist eine lila eine Waffe und schon eine lila hier liegt ein lila Holster oooh danke und eine lila eine Waffe die schoner hast du da noch schon lila eine Waffe? M249 ja ich glaub jeder ich hab eine lila eine Waffe und eine blaue Waffe noch aber ich hab schon eine zwei blaue wir nennen dir das doch ich hab schon eine MG deswegen brauch ich nicht mehr auch noch jemand lila lila schoner ansonsten nimmt das ja ich hab grad lila schoner gefunden ok ich glaub ich das Ding ist und weiter geht's hier ist rechts Werkzeug ach doch ich brauch selber Werkzeug ey Vito du Sack du Sack ich glaub das baue ich mit eurem Medizin Fahrrad aus ich will häufiger Medizin hab ich gar nichts meins ist noch aktiv und danach hab ich halt nichts mehr aber ich bin glaub ich von der Zeit her noch ganz gut ich bin bei 30 Minuten einfach mal ich bin bei der Maske mit der Maske auch jemand eine Maske Wir rätst du noch Werkzeug ich will jetzt keinen wegnehmen ich weiß halt nicht wie viel Werkzeug ich jetzt hab braucht noch jemand eine Maske zwei grüne zwei blaue ich glaub das ist nicht viel äh lila eine Maske würde ich ne gerne nehmen Ja, er liegt hier, aus der Hamuske. Boah, er hält halt erst an, wenn man drin steht. Lol. Hallo? Das funktioniert nicht am Boden. Das funktioniert nicht am Boden, genau. Ne, du hast ja nicht diesen... Du hast nicht die Masterfähigkeit, dass er auf dem Boden liegen bleibt. Du musst halt wirklich jetzt genau schießen. Achso. Darauf muss man sich auch erstmal wieder einstellen. Hier ist Medizin für den Untersten, der keine Dings mehr hat, von der Zeit her. Ich bin bei 42. Ich bin bei 30. Bei... 25 bin ich. Ja, dann exit. Wo denn? Da vorne in der Ecke. Hier hinten. Warte. Ne. Bin ich doof. War das nicht hier? Doch, hier. Genau. An dem Endausgang, wo du sonst normalerweise durchkommst. Genau. Hier ist nichts drin. Achso. Achso. Ich dachte... War da nicht jemand rein. Achso. Warte, bleib still. Ja, ich hab selber. Ja. Noch ne lila Maske? Ja, nehm. Ich hab. Okay. Du lässt auch was. Ich gucke, ne? Obst du... Ich frage... Du mit deinem... Ich gucke, ob die besser ist, als ob ich hier auf Feinfühligkeit eingehe. Also wenn du das machst, kann ich mir vorstellen, warum die Zeit nie ausreicht. Ist ne Ausdauermaske. Ja, hier darfst du überhaupt nicht nachgehen, ob es Ausdauerschuss machen oder so. Naja, ich zieh mir auch bloß den Kram rein. Ja, wenn du alles in einer Richtung hast. Ja, also das ist... Dumm. Wenn du nur Schusswaffen, nur Ausdauers, bringst du nicht weiter. Deswegen... Muss man da mal gucken. So, in die Taktion dann jetzt rein, oder? Ja, Sir. Yes, Sir. Wer ist du, der Boogie Woogie? Man kann nur bei der 3er rein, ist das richtig? Das ist immer wieder. Ja, ich dachte, ich bin variiert oder so. Ne, du kannst halt nicht durch die... ...Sleusen, die wir sonst immer nehmen, sondern du musst jetzt die einfach nur Darks und einfachen Eingänge nehmen. Ja, aber den Eingang, den du jetzt markiert hast, den... ...der ist nicht auf der Karte bei mir, der ist nicht aktiv. Den wer markiert hat. Ach, wartet mal, erst hat er schon weitergelaufen. Ich bin hier irgendwie nicht... Ja, hier kommen wir eh nicht weiter. Ich muss hier auch raushandeln mit eins. Wie viele Spieler sind wir eigentlich noch? Ich glaube, so um die 10, ne? Keine Ahnung. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Das ist vorhin mal. One liegt blau, zwei. One liegt blau, ja. Goulard wurde von... Ah, das bestimmt der Goulard. Er hat sich mit dem Medkit selber aufgehoben. Oh, 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 oh. Achtung, Achtung, da scheinen Spieler zu sein. Mhm. Eine Spritze! Jawohl, gib's dir! Eine HCR, in blau, die nehm ich doch. Schwere Sepsis. Ui, Winterstiefelgraue, 15. Und das ist noch ein Boss. Hat jemand noch ne Jacke? Ne, das ist der Darkzone der Boss. Ich hab ne 14, ne? Also das ist ne geringfügig besser, wenn du brauchst. Ne, meine ist auch ein bisschen besser. Also nimm sie. Wenn du dich ein bisschen verbesserst, das ist ja gut. Wenn wir gleich der Darkzone sind, das ist doch egal. Dann stellt's keinem, ja. Wo, Anruf später? Wo, wo? Direkt voraus, direkt voraus. Oh, Alter. Ich bin noch. Ich seh's nicht. Beim Eingang, vom... Beim Eingang zum Warenhaus. Links von uns, links von uns. Da sind sie. Die zwei. Was hinterher? Ein dritter, da kommt ein dritter. Und? Okay, erstmal aufsammeln. Wir teilen dann wieder in den... Dings oder was. Dahinten ist auch noch wer. Du hast Gold gekriegt? Echt? Ich hab jetzt mal alles pauschal weg mitgenommen. Wir tauschen dann aus, wa? Jo. Safehouse irgendwo? Ähm, ich würde sagen... Wir können auch ans Feuer gehen. Aber jetzt nochmal zum Safehouse rennen. Ist hier oben, bleibt es in der Nähe. Okay, dann gehen wir an ein Feuer. Aber wenn die gleiche Spieler kommen, ist auch doof, ne? Ja, wir können auch sonst erst in die Dark Zone. Weil wenn wir hier in die Dark Zone gehen, dann können wir auch links zum Safehouse. Wir müssen doch eh... Ach ne. Wir müssen erstmal Division Deck finden. Wir hatten nur blaues und grünes Crab Zeug. Also... Bei mir hält Lila. Ja, aber Attila hatte doch, glaube ich, Gold genommen eben, oder? Ne. Hat auch Gold zu sehen drauf. Und seine... Ruffling Materialien. Lila Holster hat ja jeder. Waffe. Was habe ich gekriegt? Ne Sockum MK20. Äh, Lila. Also ich habe kein Lila Holster. Ich habe nur ne Maske und ein Knieschoner in Lila. Sonst habe ich gar nichts Lila. Da... Maske und... Das ist ja das, wo ich sage, ich würde gerne mal gucken, ne? Ja, ne, ja. Fragen tun wir jedes Mal. Also ich habe jetzt ne Maske, ein Knieschoner und ein Holster in Lila. Wollen wir noch jemand Lila in die Handschuhe? Ja. Nein. Ja, ne. Mehr habe ich nicht Lila. Doch, ne. Knieschoner. Ich kann dir die Knieschoner nochmal rauslegen. Kannste gucken, ob die vielleicht besser sind als deine. Ja. Ne Maske habe ich auch noch. Kannste auch gucken, ob die besser sind als deine. So. Das war's. Also wie gesagt, ne Lila in der Sockum habe ich noch. Ne MK20. Genau, und die Maske. Da siehst du, die Knieschoner sind in den Welten besser als meine. Bin ich gerade gelootet. Ah, hier, guck mal. Genauso wie die Knieschoner. Ne Hose? 16er? Grün? Auch jemand? Äh, ja. Ja. So, jetzt aber. Was sagen denn eure Timer? Meiner ist bei 24. Äh, 37. 24. 25. Dann gehen wir jetzt da rein. Ja. Ja, guck mal. Nach zwei Vierer-Teams. So wie's aussieht. Wie viel sind noch? Neun. Acht. Zählt der uns mit? Ja. Ich geh jetzt rein, ne Jungs. Bin auch drin. Bin drin, ja. Ja. Also wenn ihr noch eine Weste und einen Rucksack und Lila finden würdet, oder Gold. Ja. Habt noch's Blau an. Sack Bescheid. Och, ich dachte gerade hier rennt ein anderer Spieler rum, eure Namen wurden halt noch nicht angezeichnet. So, ja. Jetzt gucken wir erstmal wo jeder hin muss. Ich muss Darkzone 2 ganz rechts. Direkt erstmal ganz, wir haben Rikas vor uns, Sekunde. Ich muss auch Darkzone 2. Ich muss, ähm, Prime Park. Ich muss ganz hoch in die 6. Super. Neben der... Dann lasst uns jetzt mal schnell diese Riker wegmachen, dann gehen wir erst in die 2er. Holen die 2, dann gehen wir in den Prime Park und dann gehen wir nach oben. Eure Gegner? Hier rechts? Lass uns die... Lass uns die... Lass uns die mal vielleicht dann ignorieren. Die Gegner, wenn's geht. Ich hab jetzt ein goldenes Zeug mal. Ja, das sind nur Kisten, aber die haben ja auch Medizin und alles. Dann könnt ihr eure Tame auch wieder stoppen. Mehr Tabletten hier, nicht mehr einer. Ja, hab ich. So, ich hab noch keine goldene Kiste. Dann ist einer noch ohne goldene, ne? Ich bin ohne gold. Ja, genau. Das ist jetzt... Ich findest genug goldene, wenn wir jetzt eine Alibi-Static einsammeln. Achso, ja. Nachher die Hunter lassen ja auch noch jeder, wenn was goldenes trocken. Hier ist der Gegner. Fünf Agenten verbleibend. Okay, das ist gut. Also die werden da anscheinend auch geräumt von den Hunters. Ja, das heißt, es ist noch einer außer uns. Das muss mit uns sein. Das muss mit uns sein, Jungs. Das muss mit uns sein, Jungs. Weil... Der Vision Tech legt doch allen nicht immer in den Kisten. Am Anfang heißt es noch 23. Und da wir bloß 24 sein können, müssen wir mitzahlen. Das heißt, es gibt nur noch einen außer uns. Wir sind die Letzten. Da brauchen wir uns keinen Stress machen. Hinter uns. Okay, wir sind die Letzten. Da hab ich doch was. Guck mal, und wenn die jetzt da alle beim Hubschrauber-Abholpunkt gestorben sind, dann haben die wahrscheinlich ihre ganzen Kisten auch da liegen. Dann müssen wir bloß... Ganz ruhig. Wir müssen eigentlich hin. Denk dran, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen noch in die... Ja, ich muss einfach nur geradeaus hinter. Dann laufen wir jetzt erstmal dem Jacke hinterher. Ja. Bei uns läuft die Zeit weg. Ich finde das albern, wenn wir durch die Kriegen rennen. Richtig. Und dann steht gleich hier... Nichts riskiert. Scheiß auf 1, 2 Kisten. Ja, dann haben wir jetzt Jacke hinterher. Ja. Wenn wir am Ende noch 15 Minuten Zeit haben, können wir ja gerne rumtarmen. Aber... Ist ja nix. Wenn wir alles haben und dann die Zeit abgelaufen ist. Wir sind nicht einfach nur für die Kultur. Wir sind drei Cleaner. Alter, Pfuh. Medizin. Eine Spritze. Für Zeiten. Ich bin bei 22 Minuten. Ja, dann ist mein Hyrostatiker. Okay. So, Medizin und alles nehmt ihr auf. Ich bin noch bei 35 Minuten. Also ich hab überhaupt keinen Erdruck. Hier ist noch was. Schalldämpfer. Genau. Division Tech. Ja, mach auf. Ich hab keine. Ja, mach auf. Ich hab schon. Achso. Hier ist meine Box. Hier nehm ich jetzt mit. Ich hab meins. So, wer ist nächstes Hyrostatiker? Wer ist der nächste? Ich bin... Achso. Hier ist das auch gesagt. Ihr war es bei, oder? Ja, ich hab's markiert. Seht ihr das? Ich bin... Ja. Da sind wir halt schon direkt dran vorbeigelaufen. Aber ich hab meine Klappe dann einfach mal gehalten. Weil es hieß, wie wir dann Jacke hinterher. Ja, naja. Ich hab mir die ganze Zeit gesagt hier lang. Ich markier das ja nicht umsonst. Es ist ja gleich hier. Ja, naja. Aber meins ist gleich hier um die Ecke und äh... Du hast gestartet, du wolltest irgendwelche Sachen looten, die da rumliegen. Nein! Aber du hast gesagt, da ist Elektronik. Ja, dann gingen wir davon aus, dass du da... ...hüten. Achtung, vor uns. Boah, das Gold! Das ist mit, Boss. Achtung, verlinkt sind wir. Hinter uns. Achtung. So, wer hat denn jetzt noch kein Behälter? So, ich hab zwei Behälter, die können wir da auch nehmen. Exit hat, Exit hat glaube ich keiner gesagt. Gibt gar nichts, da ist noch ein NPC, da ist noch ein NPC, Leute, hier ist noch ein NPC. Ich hab ein Lag, ich kann mich nicht bewegen jetzt. Ja, René, wir machen das, nimm du die Kisse da. Ja, dann die Kisse nicht. Okay, auf Ziviro Statiker. Hier ist Medizin. Ja, nimm auf. Spritze. Nimm, nimm. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ja. Wie gesagt, Wester und Rucksack sind auch noch cool Leistungsmod Liga will jemand haben Was ist er denn? So, meine Virustatika habe ich, jetzt kommen wir zur nächsten Du warst im Prime Park, ne? Im Prime Park muss ich, ja Also ich markiere direkt mal, wo er ist Seht ihr das überhaupt? Nö, aber wir können auf die Karte, wo du markierst Nö Doch, da ist die Begleiterwegmarkierung, da kann ja der Ja, ja, ich weiß, auch markieren Ich sehe die Begleiterwegmarkierung nicht Oh, Vorsicht, Vorsicht, hier ist alles voll mit NPC Wartet mal, wir sind auseinander, wir sind komplett auseinander Wieso sind wir nicht zusammen? Ja, weil ich gerade versucht habe, das zu markieren Ich habe die Begleiterwegmarkierung nicht sehe Weil bei dir ist echt Musik Ja, das sind zwei Rote, wann war der? Komm zurück Ich habe hier einen Boss bei mir Da ist nix Weil hier rennt ja schnell, ist die Blockade durch Ja, da kommt, da ist ein Boss Weil meine Mitnehmer nicht, mir ist das egal Nein, wir haben keine Zeit Dann müssen wir oben rumlaufen Kannst ja nicht ändern, dass die da stehen Ja, dann müssen wir jetzt mal weitermachen So, laufen 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 Ja, sammeln auf und weiter Und einen Safehouse brauchen wir dann ja auch noch Um die Pistole zu stellen Richtig Sollten wir auf jeden Fall auf dem Weg jetzt irgendwie Dann gleich noch machen Zur 6 hoch oder was auch immer, da kommen wir ja genug vorbei Ja Ich höre so komische Geräusche Als ob hier ein Hunter wäre Mhm Hört ihr das nicht? Das ist meistens immer in der Nähe von Abholpunkten oder nicht Ach so Ich glaube ja Kannst du jetzt nicht mit Gewissheit sagen? Ja, von uns Ja, von uns Oh, Medikamente, wie sieht es aus mit Zeiten? 21 Minuten 19 Minuten 30 Ich brauche nicht, ich habe noch zwei Tabletten Ja Dann würde ich es mitnehmen Ja, dann nimm Nimm Links halten, links halten, links halten Wie viele Kisten habt ihr so? Ich habe jetzt drei Zwei Eins Gut, dann nimmst du die nächsten mit Hier ist Elektronik, links auf dem Weg Was hat man da jetzt? Dorst oder Hunger? Was war das? Dorst Ich habe Hunger, ich hätte nichts auf Abend gegessen Ohne Scheiß Das grummelt schon die ganze Zeit Ich muss da irgendwo hoch Ja, dann wieder wie immer Hier in der Teile Dann müssen wir außen rum Zum Safe House Achtung Also kommen wir jetzt eh zum Safe House Das passt doch Hier könnte was zu essen drin sein, Jacke? Mhm Ich habe jetzt zwei Kisten Ja Richtig Räuscht Gut, äh, holt ihr das? Drei Kisten Ja Dann holt ihr oben das, äh, Achtung, Pinus Horns Ich komme mir gar nichts zu sagen, was ich sagen wollte Dann holt ihr jetzt das Ding da oben Genau, ihr holt das Ding da oben und ich crafte die Pistole schnell Mhm Ausrüstungstechnisch will sich keiner mehr verbessern, oder? Ja Ja, ich crafte jetzt sie gleich im Safe House Ich habe immer noch blaue Sachen an Ich komme dann auch noch ins Safe House Und dann schauen wir mal, was wir noch machen können Wir müssen ja nicht Wir können ja jetzt Die Zeit sinnvoll nutzen Auch immer noch nach oben müssen Nach oben kostet uns vielleicht 5 Minuten Wird mehr Vorsicht, da oben sind, äh, NDCs, ne? Gibt es nochmal was zu essen? Ich gucke mal Nahrungskonserve, ja, falls einer braucht gleich Nämlich Ich habe selber nämlich noch Wasser ist hier, falls auch noch jemand braucht Gut Dann jetzt erstmal kurz ein Safe House da unten, wenn der Eder ist Das ist gut, dann hätte ich keinen Sinn Hast du schon eingesammelt, René? Im Moment, ja Gut Gut Ja, ich wollte jetzt mal gucken, dass ich meine blaue Waffe und meine blaue Ausrüstung irgendwie austausche, sonst komme ich nicht weiter Ich crafte dir was Das kannst du doch nicht teilen Ja, das kannst du doch nicht teilen Doch, Waffen kann ich doch teilen Ja, nicht Das sind keine Waffen für andere gegen Craften So, ja gut, dann kann ich euch auch ganz viel craften Ich gucke mal, was ich selbst machen kann, vielleicht kann ich auch selbst irgendwas machen Ja, René, ich habe zwölf goldene Craftenteile Ja, René, ich habe zwölf goldene Craftenteile Ich muss erstmal gucken, dass ich mir hier eine Weste und einen Rucksack bastel oder irgendwas So, wir liegen zwei gelben Waffen draußen, bitte aufnehmen Ich kriege dann nachher die E-Mail-Adresse für mein PayPal-Konto Mach jemand eine gute Sniper wie jemand eine Sniper, dann crafte ich eine Sniper Nein Äh, nimm irgendwas mit, äh Ich kann mir nicht eine einzige Waffe bauen übrigens Ja, ne, da liegt eine gelbe Ich wollte es nur sagen Ja Ich konnte mir echt nur einen Rucksack bauen, du verdammte Scheiße Hier liegt eine goldene, äh, M60 Nehmt mir mal noch jemand mit Als Zweitwaffe Und dann bastel ich mir noch ein Schirmgewehr der ist ein sniper nicht besser zwischendurch als ein m60 wenn man schon ein g36 hat nein sturmgewehr und lmg sind am besten gegen die hunters weil du machst die rüstungsscheibe im sturmgewehr und die ist lmg wenn die hin und her rennen dann machst du halt den anwohner schaden nach gut talente kriegt man eh nicht an ne sowieso nicht wundern Was ist denn mit dem G36 da? Ja, nimmt einer auf, wenn er noch keine jungen gelben Roboter hat. Wollen wir jemanden Waffen-Mod? Ja, aber kannst du die teilen? Glaube nicht, ne? Doch. Ich kann mir selbst einspauen. Ich hab eben noch... Ich nehm doch hier die Lieder und blau ist halt einfach nur... Auch wenn wir jetzt hier so schön craften, ne? Uns bleibt die Zeit trotzdem irgendwann davon. Lieber Weste für dich, René, wenn du noch eine brauchst. Ne, ich hab eben eine gebaut, danke. Ich hab noch zwei grüne Teile gehabt, ich versteh... Wir müssen trotzdem weitermachen, ne? Oh, ich bin schon längst fertig, ich wollte nur... Okay, septischen Schock, ich hab noch elf Minuten. Ich hab noch 16. Jetzt können wir weiter. Dann tun wir das jetzt. Los, los. Ja. Ich hab's oben mal markiert. Das ist... Das ist, äh... Nämlich mit Jubeling. Oh Gott. Wer da selbst ist. Wer seid ihr? Wart ihr denn? Du hast es markiert, warte... Habt ihr irgendwelche... Baut ihr eigentlich auch irgendwelche Mods? Also ich kam jetzt nicht dazu. Also hier, Klamotten. Ja, okay. Das war voll gemoddet. Spygate. Hast du deins markiert? Ja, da oben. Alles klar. Klamotten? Ne, hab ich nicht. Waffen-Mutzeug zwei drin. Das war's. Wie ist die Regel? Ich hebe jetzt nichts mehr auf. Ich renne. Ja. Lass uns laufen. Wo sind wir denn überhaupt? Da sind wir. 15 Minuten hab ich noch. Zehn. Ja, haltet einfach ein Auge drauf. Falls du Medizin hast. Wenn einer noch Medizin... Genau. Wenn Medizin kriegt... Hätte ich gar nicht. Ich glaube ich bin mit neun Minuten. 50 Minuten, der... Ja. Gut. Kriegst du. Schmerztabletten, nimm mal die erst. Wo? Wo? Da. Sehr geil, danke. Ich hab jetzt vier Kisten. Ich halt mich dann noch zurückkommen. Ja, ist äh... Das bringt ja nichts, wenn wir alle neun Kisten haben. Aber die Hilfe von uns gestorben ist, weil wir alle... Angst sind, tot sind. Lass dich in Ruhe weiter heran. Hallo. Die Kisten kannst du am Ende eh teilen... Nee, Quatsch. Nein. Scheiße. Time to GTFU, Boys. Ich weiß immer nicht, ob die hier auch grad auf unserem Server quatschen, ne? Können sie ja nicht, wir sind allein. Ja, stimmt. Ist ja gut, Monsieur. Nein, der F-Silver-Kid. Nein, der F-Silver-Kid. Also wenn da im Q ein Haufen Gegner sind, wovon ich ausgehe. Nein, das ist links vorm Q. Okay. Aber trotzdem müssen wir da oben nicht alles töten. Wir können ja intelligent laufen versuchen. Die... Die Signalpistole hat unser Spygate, ne? Ja, ja. Gut. Ich hab nämlich keine. Ich hab auch eine gekauft eben. Okay. Aber wir müssen gucken, wir... Entweder müssen wir mithauen, äh... Einmal kurz links dran vorbei dann am besten. Auf dem Dach können wir da nicht auch rausfliegen? Ja, gelbe Gegner, lass uns links halten. Ja, wir müssen ja sowieso gucken, er zeigt uns dann ja an, wo wir... Na, es gibt ja nur ein paar, ja. Ja. Also eben, wo wir vorbeigelaufen sind. Wo jemand ist? Ja, da. Wo wir eben vorbeigelaufen sind, da hat zum Beispiel ein Abholpunkt gewesen eben. Aber das müsst ihr euch ja schon anzeigen, auf der Seite wo... Ja. Ich hab Madison und eben, wo wir vorbeigelaufen sind, diesen Trümmer, wo die ganzen Trümmer von der Decke hängen. Das ist meiner... Ja. Wo ist dein Start? Das ist geblendet, ey. Hinter mir... Oh, scheiße. Wollt ihr jetzt kennen? Nee, das sind zu viele, um sie abzuschütteln. Ja. Aber alles gut, die sind quasi schon weg. Jetzt, von rechts kommen welche am Rand? Ja. Hier ist noch eine Schmerzerblatte. Oh, ja. Gut. Wo liegt nun deine Tab-Brecher genau? Da, wo du... Ich hab sie. Ich bin jetzt... Ich hab bei 8 Minuten stoppen können jetzt. Achtung, Achtung, Achtung. Ich kriege noch. Ja, keine Ahnung, sie sind nach rechts. Ah, ohne sie kippen. Ja, ganz schön. Ja, ich hab den hinter mir grad noch einen Gegner. Ja, ich hab's. Hast englis damit? Ja. Ja. Gut. Dann haben wir ja noch genug Zeit. Ja. Drei Minuten dauert die Abholung noch. Also... 13 Minuten hab ich. Cool down. Wollen wir zum Gerüsteinsturz runtergehen? Einfach... Ja, gehen wir da hin und dann machen wir... Clemen wir mithauen. Weil... Auf dem Weg dahin. Können wir hier auf dem Dach nicht ausfliegen, ne? Nein, nein. Ach so. Okay. Ne, ne. Das sind andere Punkte zum Teil. Wasser? Niemand? Wasser? Nein. Oh ja. Hast du sie genommen? Gut. Ne. Ich hab sie nicht. Ich hab sie genommen, aber ich hab... Ne, ganz hoff. Da vorne sind wir gleich am Gelre. Momentan. Oh. Huh. Ich... Hat der noch ne... Konserve gerade genommen, aber kein Wasser eigentlich? Ich hab schon wieder lag. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, wir warten. Es nervt so ab, dass du dann zwischendurch... Oh, der Boss schießt auf mich. Er ist ziemlich salzig, der Junge. Er ist ziemlich salzig, der Junge. Ja. Achtung. Erst Tabletten nochmal. Welche Kisten habt ihr? Ich hab vier, wie gesagt. Drei. 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 Gar nicht. Ja, dann nehmt ihr mal. Ich hab auch schon vier. Ach so. Dann nehmt ihr hier links. Hier ist noch ein Überlebensbehälter. Da ist noch einer. Nehmt ihr mal. Achtung, dicker Cleaner von links. Ja. Ja. Da steht ja ne Bomben drauf. Sonnentyp zum Beispiel. Kein... Dann die Lobbehälter, ne? Wie viele Minuten haben wir noch? Wir haben noch... Den hab ich. Äh... Sechseinhalb. Ja. Dann lass es jetzt rum. Drei. Ne, ich stelle nix. Äh... Wir nehmen... Wir stellen uns auf die linke Seite dann wieder. Ja. Okay. Letztes Mal. Bevor du ausrufst, der liegt noch ins Goldenes. Lass uns das noch schnell anschauen. Ich hab... Ich hab vier. Ja, ist ein Behälter. In der Mitte. Genau. So. Dabei Jacke irgendwo hinter dem Schild hier die Richtung verstecken. Was? Was? Ah, hier. Close Road. Genau. Hinter dem Schild. Dann laufen wir nochmal zum anderen Close Road. Da kommt das EMP schon. Von vorne. Da drüben ist einer. Links... Linke Seite ist einer. Da ist eine Rollmine. Können wir uns gehen? Boah, ich hab schon wieder weg. Ich kann mich nie bewegen. Ich hasse es. Du bist mit Sicherheit da hinten gerade. Einen haben wir. Kennen wir mal. Zwei... Zwei rechts. Einer links. Das links ist nur die E-Box. Auf dem LKW. Bei uns. Gut. Weg. Zwei rechts. Einer kommt. Ne, ist ein normaler. Aber da hinten. Das links ist ohne. Wir brauchen einen B-Rixt. Wir brauchen einen B-Rixt. Wir brauchen einen B-Rixt. Wir brauchen einen B-Rixt. Scheiße, ich bin down. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Danke. Wir brauchen dann wieder einen Scan nach Möglichkeit. Der andere ist in der Mitte jetzt, der ist durchgelaufen Mitte voraus. Also ist noch im INP-Scan kommt. Sehr schön, oben auf dem LKW, der ist auch down. Ja, der letzte ist rechts. Hallauts! Dann kriegt ja noch jeder eine Kiste. Wo sind denn welche? Da sind zwei. Ich hab fünf. Ich jetzt auch. Ich hab sechs schon. Ich hab meine. Dann für euch. Dann für jeden jetzt, von jedem Hunter, für jeden eine. Jep. Sehr schön. So. Können wir uns jetzt noch einen Witz erzählen oder so? Ja, drei Minuten dreißig auch wieder. 7,23. So, wie war das? Nein, wir brauchen keine zwei Stunden. Haben wir auch nicht gebraucht. Eine Stunde, 45 Minuten. Aber wir haben uns schön zeigen lassen, dass es gut funktioniert. Ja. Eine schöne Runde. Es ist auch das erste Mal, dass wir das alle zusammen, also jetzt in der Konstellation zusammen machen. Und ich fand das PvP gar nicht so schlimm. Du musst aber als Vierergruppe, ne? Du hast gesehen, sobald die auch nur ein weniger waren, hatten die schon... Problem. Das merkst du schon, ne? Wobei ich halt sagen muss, die eine Teil der Vierergruppe, die da war, die ist sehr schnell umgefallen. Komisch war das. Da waren wir auch noch wirklich groß unterwegs, also... Ähm... War nicht rein. Jetzt. War nicht rein. Ja, aber ich konnte nur einer gleichzeitig anstehen. Ich hab den Erfolg bekommen. Jetzt hat's funktioniert mit den Achievements. Das ist ein Lebenserdenkel, ja. Aber ich werde bestimmt noch meine 20.000 und nicht voll haben wahrscheinlich bei meinem Glück. Doch, das musst du ja eigentlich... Gerade im PvP kriegst du wahrscheinlich auch noch irgendwelche Bonuspunkte, wenn du... Eins kommt bei zwei Multiplikate. Ja. ...ausgeschaltet hast. Oder ich krieg jetzt gleich noch die Meldung Delta. Das wär's. Gerade der Bildschirm hängt schon. Ja, bei mir auch. Alles Gutes nochmal. So, jetzt kommen die Punkte. Delta in... Drei... Zwei... Zwei... Ein... Xperia... Meister. Bei mir fühlt ein Achtel stehen geblieben. Also ich hab 14.382 bekommen für die Runde. Nee, nee, ein Mike. Ich hab ein... Ein Drittel hab ich... äh... geladen und dann stehen geblieben. Oh, ein Mike. Was ist denn Mike? Na, noch ein Fehler. Ist der Bruder von Delta. Der Bruder von Delta. Ihr habt jetzt ernsthaft einen Mike-Fehler gekriegt? Ja, wir haben erst einen Fehler bekommen. Ich hab ein Mike. Ich hab ein... Leckt mich am Arsch. Ich hab ganz normal Meister. Also... Ich bin Rang 5 Meister. 15.000... Ja, wir haben den Mike gekriegt. Der ist Rang 6. Der ist nochmal ein... Ich hab ein... Ja, ich hab ein... 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 Ich hab ein...